Ja hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zu Obscuritas, einem neuen Horrorspiel, einem Horrorspiel aus deutscher Produktion und einem Spielen. Darauf bin ich ganz besonders stolz, bei dem Shivas Tochter, eine Partnerin von uns aus dem Alliance Netzwerk, die deutsche Vertonung gemacht hat. Ziemlich, ziemlich cool. Und was sie da so fabriziert hat, das schauen wir uns gleich an. So, ich check nochmal eben die Einstellungen. Schwierigkeitsgrad lassen wir mal auf normal. Der Rest, naja, wird schon alles soweit passen. Ich würde sagen, wir legen los mit einem neuen Spiel. Und ihr, ihr lehnt euch zurück und macht es euch gemütlich. Verkriecht euch unter einer Decke, denn es wird gruselig. Hier bei Obscuritas. Liebe Sarah, Du kannst dich sicher nicht mehr an mich erinnern. Als ich dich das letzte Mal gesehen habe, hast du gerade deinen zweiten Geburtstag gefeiert. Kurz danach kam es zu einem großen Streit in der Familie, nachdem dein Vater und ich nie wieder ein Wort miteinander gesprochen haben. Als ich vor einigen Monaten schwer krank wurde und kurz darauf erfahren habe, dass dein Vater verstorben ist, wurde mir erst bewusst, dass ich meine Fehler von damals nie wieder in Ordnung bringen kann. Wenn du diesen Brief bekommst, bedeutet dies, dass ich den Kampf gegen den Krebs verloren habe und auch dich nie wieder sehen werde. Ich kann nicht rückgängig machen, dass ich mein ganzes Leben nie für dich da gewesen bin. Aber ich möchte es ein Stück weit wiedergutmachen, indem ich dich zur alleinigen Erbin meines gesamten Besitzes ernannt habe. Dazu gehört auch mein altes Landhaus. Den Schlüssel zum Anwesen habe ich diesem Schreiben beigelegt. Den Schlüssel zum Hauseingang findest du auf dem Grundstück, gut versteckt in einer alten Vase. Ich hoffe, dass ich dir damit ein wenig zeigen kann, dass ich trotz allem, was passiert ist, immer an die Familie gedacht habe. Ich wünsche dir ein schönes, langes Leben und dass du dich an dem alten Anwesen erfreust, was mir zu Lebzeiten auch sehr viel Freude bereitet hat. Dein Onkel Arthur Ein Streit in der Familie, eine Entzweihung und ein geschenktes altes Landhaus. Beste Voraussetzungen, würde ich mal sagen. Raven Skirt Presents A Viz Games Production Obscuritas Ja, Konzept und Idee André Bürger Der auch die leitende Programmierung übernommen hat Und Jan C. Obergfell, der hat ja den Sound gemacht Und André Bürger, da haben wir ihn wieder, hat auch die meisten Grafiken erstellt Tanja Neumeyer und Lisa Moos Bauer haben auch mitgemacht Genauso wie Alexander Schumacher und Marc Schubert Daniel Peters und Stefan Bauer haben sich auch noch an der Grafik beteiligt Und da kommt er auch schon an, unser Zug Unser Zug in die Vergangenheit, in ein altes Landhaus In eine Welt In dem der Spielstand gespeichert wurde Und wir sind willkommen im Spiel Obscuritas In diesem Spiel bist du ganz auf dich allein gestellt Im eingestellten Schwierigkeitsgrad bekommst du Hilfestellungen, wenn du gar nicht weiterkommst Oh, das ist echt gut Benutze die Tasten WASD, um dich zu bewegen Und die Maus, um dich umzusehen Mit der Umschalttaste kannst du sprinten Ich habe das Gefühl, dass Sprinten eine sehr wichtige Option hier in diesem Spiel ist Oh, ein paar Enten Die schwimmen da unten in diesem kleinen Kanal Oh, die Framerate geht gerade schon ganz schön runter Aber eigentlich, hm Optionen Ist jetzt alles so auf Mittel eingestellt Hm Na gut, wir können ja mal schauen Vielleicht wird das ja später noch besser Wir müssen ja erst einmal das alte Landhaus erreichen Oh Gott Da trat doch jemand durch das Gras Das Spiel ist halt echt schön, muss man sagen Also gerade dachte ich noch bei dem Zug Oh, komische Grafik Aber jetzt denke ich mir Oh, sieht gar nicht so übel aus Und hier ist es Das alte Haus Von unserem Onkel Arthur So Und den Schlüssel haben wir benutzt Und da sind wir nun Da sind wir nun Ja, eine Vase müssen wir zerstören Darin ist wohl der Hausschlüssel Auf jeden Fall ein wunderbar gestaltetes Anwesen Das muss man schon mal sagen Die Fenster spiegeln sich Das finde ich ja toll Aber auch so Aber auch so der Detailreichtum Der ist schon sehr schön Architektonisch möchte ich meinen Befinden wir uns hier In der Renaissance Ist das Renaissance? Also Oder ist das noch ein Ne, gotisch dürfte das nicht sein, oder? Vielleicht haben wir hier ein paar In den Kommentaren die Ahnung davon haben Die können das ja dann mal reinschreiben Ich suche derweil weiter nach einem Schlüssel Suche ich zumindest In einer Vase Oh Gott, überall Rasche Achso, das sind die Schatten Ich dachte jetzt hier über uns Schwingt sich schon ein Monster entlang Ah, ein kleiner Ja, ein Pfad Wollte ich jetzt schon sagen Aber naja, wir gehen halt Um das Haus herum Ach, das sind Vögel Die da oben Ah, wahrscheinlich sind das Vögel Die In den Baumwipfeln hausen Das hoffe ich gerade zumindest Ansonsten Ja, schauen wir uns hier gerade Erstmal den Innenhof Genauer an Jetzt geht die Framerate Auch langsam hoch Naja gut, das ist ja so Bei den Bei diesen Spielen Die sind ja meistens Nicht ganz so gepolisht Weil da halt auch nie So ein richtig krasses Team Dahinter steht Es sind ja eher immer Weniger Leute Die das machen Und deswegen Ja, sind die Spiele Dann halt auch meistens Nicht auf Performance optimiert Also es liegt wahrscheinlich Nicht an meinem Rechner Sondern einfach daran Dass das Spiel wahrscheinlich Noch etwas Roh ist Was die Leistung angeht Aber das soll gar nicht stören Also mich stört das nicht Ich denke mal Wenn ich Fraps ausschalte Würde die Framerate Auch nach oben schießen Aber Irgendetwas muss ich ja Zum Aufnehmen benutzen Oh, hier ist eine Axt Also irgendwie Na gut Also ich finde hier Einige Gegenstände Aber Abgesehen Vielleicht sollte ich einfach mal Zur Haustür gehen Um damit vielleicht Irgendein Event zu aktivieren Oder wir schauen uns Erstmal hier Marmorbrüste an Aber nein Das wollen wir ja nicht Denn wir Möchten ja In das alte Haus Hinein Das wir nun Geerbt haben Und das uns Viel Freude bereiten soll Ein Schem Der Böses Dabei denkt Ja Das geht natürlich nicht Das hatten wir nun schon gedacht Aber es heißt Das Objekte Mit denen wir Interagieren können Die werden Rot dargestellt Naja Gucken wir mal Vielleicht finden wir hier ja noch Irgendwas Ich mag es ja Wenn diese Spiele Rätsel einbauen Ich Was ich nicht so mag Sind diese Horrorspiele Wo man wirklich Einfach nur durchläuft Und halt Einen Jumpscare Nach dem anderen Ins Gesicht gehauen bekommt Ich bin ja auch ein ganz großer Fan Von Point and Click Adventures Black Mirror Haben ja viele von euch Damals bei mir Auf dem Kanal gesehen Und genau so etwas Erwarte ich auch hier Nur eben In einer anderen Perspektive Die Ego Perspektive Und das ist dann Bestimmt auch richtig geil Solche Spiele dann mal Später Mit Oculus Rift Oder so etwas Zu betrachten Gut Aber wir brauchen halt Immer noch Unseren Schlüssel Um ins Haus Hinein zu kommen Hm Und ich hab dabei Mal Angst Dass ich irgendetwas Falsch mache Aber Wir können ja mal Einen Blick In das Haus Hinein riskieren Hm Aber wir sehen nichts Gut Jetzt hab ich Ach guck mal Da ist Versteckt in der Ecke Eine Vase Guck mal Die können wir auch benutzen Und da ist ein Schlüssel drin Ach das geht ja Das geht ja richtig gut Oh das ist schön Ich mag es nämlich nicht Wenn die Spiele dann so Kompliziert zu steuern sind Dass man dann wirklich Irgendwie die Hände Einzelne bewegen muss Oder so etwas Also diese einfache Klicksteuerung Die ist mir eigentlich Immer schon sehr recht Muss ich mal sagen Und dann begeben wir uns Jetzt in das Haus Hinein Und er lädt Das ist gut Weil vielleicht Ist dann auch Im Haus Dann die Framerate Stabiler Und da sind wir Angekommen Im Haus Ja das ist Das alte Herrenhaus Ja er war wohl Ein Freund der Kunst Denn er hat hier Bilder und Skulpturen Und Büsten rumstehen Ah Ein bisschen Licht Können wir hier auch noch machen Hm Okay hier öffnen wir Die Tür zu einem Gang Wir können aber auch noch Nach oben Naja so ein bisschen Erkundungshorror Also wir wissen jetzt Dass das Spiel gruselig ist Deswegen Können wir ja auch gleich Äh Die Tür ist verschlossen Finde den passenden Schlüssel Okay der könnte dann wohl Unten liegen Also wenn wir dann Dem unteren Gang folgen Oh ob das Ein Bild von uns ist Naja Ich weiß es nicht So Gehen wir erstmal Hier entlang Und können da draußen In den Garten schauen Haben hier noch Einen Lichtschalter Und wieder eine Tür Die wir öffnen können Und da ist ein Dokument Es gibt sicher viele Dinge Die ich auf meinen vielen Reisen Gelernt habe Eines davon war die Tatsache Dass es immer noch viele Dinge gibt Die die Wissenschaft bis heute Nicht erklären kann Es gibt sogar Dinge Die sich nur im Licht Einer Flamme zu erkennen geben Oho Ein versteckter Hinweis Dinge die sich im Licht Einer Flamme zu erkennen geben Soll heißen Mach ne Flamme an Und dann siehste wat Auf jeden Fall Schien der olle Arthur Ja gut unterwegs zu sein In der Welt Oh die Uhr läuft sogar In Real Time Das ist ja krass Also sie zeigt jetzt nicht Die echte Uhrzeit an Aber Wenn wir der Uhr vertrauen dürfen Ist es 11 Uhr Am Vormittag Cool Sie bewegt sich wirklich Das ist richtig toll Also Aber auch diese Tür Ist verschlossen Ne gut Aber wir haben Einen Hinweis erhalten Der Hinweis Manche Geheimnisse Offenbaren sich Im Licht einer Flamme Eine weiße Tür Aber auch verschlossen Gut Ah ja Und schon wieder Habe ich ein Geräusch gehört Ein weiteres Oh Der Schreck Da klingelt just Der Wecker hier Kann mal einer Den Wecker ausmachen Dankeschön Ich komme schon seit Tagen Nicht mit meiner Arbeit weiter Vielleicht würde mir Ein Perspektivwechsel Mal wieder helfen Mhm Oh was haben wir hier Batterien Du brauchst zunächst Eine Taschenlampe Ah ja Dann suchen wir mal Eine Taschenlampe Aber wenn wir Die Taschenlampe haben Wissen wir auf jeden Fall Wo wir die Batterien finden Okay Es hat irgendwas Geknarzt Aber Aber Das ist bestimmt Nur das alte Haus Denn alte Häuser Machen ja manchmal Geräusche Ne Okay Was haben wir hier Mit Streichhölzern Kannst du Kerzen anzünden Eine alte Gummiente Ein Ähm Ein Schraubendreher Nochmal Batterien Okay Also Batterien Wären wohl Ein wichtiger Bestandteil Des Spiels Aber Aber interessant Im Gegensatz zu Town of Light Das ja eher so Nicht so gruselig war Also in der kurzen Zeit In der ich es Gespielt habe Oh das Esszimmer Ähm Hab ich jetzt hier schon So Oh oh Also das sind Diese Jumpscares Waren gut platziert Muss ich sagen Hat mich schon So ein bisschen An Until Dawn Erinnert Grad auch so mit Mäusen oder so Die irgendwo Vorgerannt kommen So was haben wir Da hinten Eine Tür Und wieder haben wir Einen Trigger Ausgelöst Und wir müssen Einen Schlüssel finden Ach guck mal da oben Da ist eine Kerze Die können wir mal Anzünden Da ist auch Eine Kerze Hm Wir können hier mal Alle Kerzen Anzünden Denn manche Dinge Ja offenbaren Sicher nur Im Kerzenschein Also im Licht Einer Flamme Aber aktuell Aktuell Sehe ich hier noch Nichts Aber ich hab mal Einfach alle Kerzen Angezündet Okay wir können jetzt Hier auch noch Alle Kerzen Wahrscheinlich Anzünden Oh da kam Gerade noch Eine Nachricht Rein So jetzt Auf jeden Fall Haben wir hier Ein bisschen Licht Mitgemacht Können wir eigentlich Auch noch Nach draußen Nee wir hängen Wir hängen hier drin Erstmal fest Und ich weiß Irgendwer Schreibt mich hier Gerade an Und das finde ich Gerade gar nicht Gut Oho Oho 317 Ein Code Hat sich jetzt hier Aufgetan Durch unsere Kerzen Anzündung Hm Die Frage ist nur Wo wir diesen Code Dann verwenden Können Spannend Muss ich mal sagen Wirklich spannend Weil bisher Außer dass die Uhren Nicht gleich gehen Hier im Haus Hab ich noch Nirgendwo Äh Etwas gefunden Wo ich ein Code Eingeben muss Eine Menge Verschlossene Türen Habe ich gefunden Und schon wieder Klingelt hier der Wecker Klingelt der Wecker Jedes Mal Wenn wir diesen Raum Betreten Ist das vielleicht Ein Zeichen Dass wir hier Irgendetwas Vergessen haben Hm Gut möglich Ich geh nochmal rein Nee Vielleicht so ein Typisches Rätsel Versteckt hinter Einem Bild Mal aktuell Ah doch Hier kommen wir Auch noch rein Okay Hier hat doch Eben noch Die Statue Gestanden Aber Hier kam Hier wurde Ein Schlüssel Freigegeben Wo eben noch Eine Statue Stand Okay Egal was In diesem Haus Ist Hier läuft Irgendetwas Nicht richtig Und wir müssen Jetzt herausfinden Welche Tür Wir mit diesem Schlüssel öffnen Können Und das habe ich Jetzt auch schon Direkt herausgefunden Und hier ist Ein weiterer Hinweis Ein weiterer Brief Hallo Sarah Wie ich sehe Hast du den Schlüssel Zum Haus gefunden Um es dir aber Nicht zu einfach Zu machen Habe ich dir Noch eine Reihe Von Rätseln Hinterlassen Mit diesen Rätseln Sollst du mir Ein letztes Mal Beweisen Dass du meines Erbes Auch würdig bist Ich hoffe Dass du auch Diese letzten Hürden Meistern wirst Schau dich dazu Immer in den Einzelnen Teilen Des Hauses Genau um Wenn du genau Hinschaust Wirst du sicher Herausfinden Was du machen musst Um den nächsten Teil des Hauses Zu erreichen Ich wünsche dir Viel Glück Okay Äh Onkel Arthur Anscheinend So ein bisschen Zum Spaß Aufgelegt Hat uns Das Haus Verschlossen Und wir müssen Hier die einzelnen Räume öffnen Und dabei Diese ständigen Geräusche Hier überleben Ja ihr lieben Leute Obscuritas Auf jeden Fall Bisher schon Ziemlich interessant Und ich bin schon Sehr gespannt Wie es weiter geht